Argon Balance – Einfach ganz leben Sie hören, das Erdmännchen-Prinzip. Besser führen und managen in schwierigen Zeiten. Von John Cotter und Holger Rathgeber. Aus dem Amerikanischen von Bernhard Jendricke. Gelesen von Stefan Benson. Das Verhalten der Geier war ein Rätsel. Aus den Aasfressern waren todbringende Räuber geworden. Niemand konnte sich das erklären. Diese schrecklichen, unheimlichen Wesen gaben wahrscheinlich den letzten Anstoß zum Untergang von Mads Clan. Mad war ein Erdmännchen. Eines jener kleinen, in Afrika lebenden Tiere, die viele Menschen niedlich und interessant finden. Mad hatte, wie alle Erdmännchen, seine ganz eigene Persönlichkeit und erstaunliche Talente. Er war immer schüchtern gewesen und konnte ein wenig zu stur sein, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte. Aber dank seines angeborenen Pflichtgefühls, seines sanften Lächelns und seiner Fähigkeiten, die er stets zum Wohl der Gruppe einsetzte, wurde er von allen hoch geschätzt. Das Leben hatte ihm immer Freude gemacht. Und meist hatte das Leben auch Freude an ihm. Aber dann. Weil der Regen schon lange ausgeblieben war, hatte der Clan dieser flauschigen kleinen Wesen nicht mehr genug Nahrung für alle. Mindestens einmal am Tag aß Mad weniger als gewöhnlich, damit die Jungen, Alten und Kranken mehr bekamen. Aber das trug kaum zur Lösung des Problems bei. Die Zahl der Raubtiere hatte derart zugenommen. So etwas hatte Mad noch nicht erlebt. Einige Erdmännchen meinten, es gebe da einen Zusammenhang. Weniger Regen bedeute weniger Nahrung. Und das führe zu seltsamen und unvorhersehbaren Veränderungen im Verhalten der Räuber. Aber wer konnte das schon sicher sagen? Es gelang ihnen nicht, neue, zündende Ideen zu entwickeln, wie mit den ungewunden Problemen umzugehen sei. Geschweige denn, sich auf solche Ideen zu einigen. Mad und viele andere empfanden das als unglaublich frustrierend. Was die Sache noch schlimmer machte, war, dass ein Großteil der alltäglichen Routinearbeit immer schwerer zu bewältigen war. Nicht, dass Mad nie von vielversprechenden neuen Ideen gehört hätte. Er hatte zwei sehr kreative Freunde, Tanja und Argo, die sich eine Möglichkeit ausgedacht hatten, wie man an mehr Nahrung gelangen und weniger davon verschwenden könnte und dazu noch eine mögliche Methode, Räuber schneller als bisher zu erspähen. Aber die beiden Erdmännchen stießen mit ihren Ideen auf eine Mauer des »So haben wir das noch nie gemacht«, eine Reaktion, die angesichts der Umstände unsinnig war. Mad tat sein Bestes, den anderen die Absurdität eines solchen Arguments zu erklären. Er sprach mit den Erdmännchen, die er am besten kannte, jene, die ungefähr sein Alter hatten. Er sprach auch mit seinem Familienoberhaupt. Aber er erreichte nichts. Mad fühlte sich völlig ausgelaugt. Weil er so angesehen war, wurde er von einem der großen Bosse, einem Alphatier, beauftragt, dieses und jenes Projekt zu übernehmen und noch ein weiteres. Die Belastung wurde für ihn immer größer. Er war überhaupt nicht der Typ, der im Stillen oder mit Getöse zornig durch das Leben ging. Aber jetzt sah man ein sehr zorniges Erdmännchen. Diese Geschichte handelt von wichtigen Themen, mit denen sich fast alle von uns heute beschäftigen. Veränderungen vollziehen sich immer schneller und in immer größerem Umfang. Diese Tatsache klar zu erkennen oder mit ihr angemessen umzugehen, kann schwer fallen. Und wenn es uns nicht gelingt, Risiken zu vermeiden, Chancen zu ergreifen und die Ergebnisse zu erzielen, die wir alle wirklich wertschätzen, kann das Leben ziemlich unangenehm werden. Wir haben für die Veranschaulichung dieser Themen die Form der Fabel gewählt. Weil Fabeln wichtige Fragen sind. ... ... ... Vielen Dank.